So, du hast also nur erkannt, wie abscheulich diese Menschen sind. Es wird Zeit, die letzten Vorbereitungen für unser Ritual zu treffen. Versteigt in dieser Space Colony Arc befindet sich die stärkste Waffe, dazu in der Lage Sterne zu durchbohren und die Eclipse kennen. Die Sterne durchbohren? Ja, das stimmt. Alle sieben Chaos Emeralds werden für die volle Kraft benötigt. Oder das morgige Ritual ist umsonst. Ein Ritual? Morgen? Geh jetzt! Narren! Menschen bauten die Eclipse kennen, um sich vor Terror zu schützen. Stattdessen wird sie zur Vernichtung der Menschheit genutzt.